Diese Lande sind von einer schrecklichen Seuche geplagt. Dem schwarzen Wolfsfieber. Die Berghüter übertragen und verbreiten sie. Wieder bin ich mit dem Leben davongekommen. Ich hab dich gefunden, Appa! Ich werde dich auf deinem Weg begleiten. Ihr sagt also, ihr braucht mein Blut. Wofür? Dein Blut stellt somit womöglich unsere einzige Waffe im Kampf gegen die Seuche dar. Da bist du. Komm, finde mich. Appa? Ich weiß, dass dieses Mädchen nicht deine Tochter ist. Jedoch sind Blutbande für mich nicht bedeutsam. So oder so. Sie hat meine Seele gerettet. Akzeptiere. Und stelle die Ork noch wieder her. Es gibt so viele Dinge, die ich Yuna noch zeigen möchte. Auf Verheißung der Götter lässt die Krankheit nur Auserwählte am Leben. Aber welchen Wert hat das Leben, wenn wir uns nicht mit aller Kraft dagegen aufleben? Yuna! Ich werde weiter dagegen ankämpfen für ein gemeinsames Leben mit Yuna. Appa! Ich werde weiter dagegen ankämpfen für ein gemeinsames Leben mit Yuna. Ich werde wieder einmal mit dem Beirut aufgehen. Vielen Dank.